Ich versuche mal beide aufzuholen. Ach jetzt hat Glitch aber ich krieg nen Airstrike. Moment da kommt was. In der Garage. Headshot. Ich zeige dir das mal kurz. So geht das. Vor mir ist jemand vor mir. Da oh mein Gott. Was denn? Mann. Geh aus dem Weg. Das muss ich weg. Ich würde nicht jemanden am Haken bleiben. Ja. Vielleicht hätte mich mit jemandem die Timo in sollen. Aber das ist nicht so schlimm. Und recover dich. Ich bin da. In den Schrank. Das will ich sehen. Eben macht jetzt alle drei. Und los. Eins. Zwei. Drei. Einmal hinein. Anderthalten. Anderthalten ist ein Reifen. Und die andere sieht nicht aus wie ich. Ah, ist down. Einer ist bei mir. Ist down. Ich hab zwei gedauert. Team, wo seid ihr? Ja, wir schießen gegen ein anderes Team. Alles gut. Ich komme gleich um. Ich bin ein bisschen ruhig zu helfen. Nee, die eine Fristow. Der anderen soll es auch gut gehen. Also du bist da drüben. Hast du was auf dir? Ja, bei mir ist jemand. Down. Ja. Ja, ich bin da auch nicht. Ich bin da. Da sind zwei Leute gegenüber von mir. 53. Alter. Ich hab zehn Kids. Ich bin da. Ich bin da. Das ist aber Kacke. Ihr werdet meine Verbünde nicht. Genau der. Letzter Wechsel. Los, los, los. Hier, hier, hier. Ein Gegner. Also bis Season 2, also richtig Season 2, also Chapter 2 oder so, hatte ich alle Skins. Krass. Vor mir ist jemand. Aber hattest du auch in League of Legends, oder? Ja. Diesen Gegner? Und in Genshin hab ich auch. Wirklich? Alle auf C6. Nein. Außer Klee. Hey, davon hättest du dir ja ein zweites Haus kaufen können. What the fuck? In der Palette, 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 Palette. Ja, 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 ich bin da. Geh in die Palette, ja, 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 ja. Ich hab mich gedruckt, damit er mich nicht sehen. Er hat infectious fight, er weiß sowas von, dass ich da bin. Er hat keine Ahnung. Er hat keine Ahnung. Hab's versaut, hab's nicht versaut. Wie war's, das war perfektes Timing. Du hast ja überhaupt keine Ahnung. Das war perfekt, das war insane. Du hast dich umgekippt. Ach, nein, das war, ich hab das getimed, jetzt geh weg. Hau ab. Ich bin durch Center, ich bin weg. Gemacht. Aber ich finde euer Commentary gut. Junge, der Ninja. Als ob sie dich nicht gesehen hat. Loll. Die Jakt beginnt! Ja? Hast du dir die Champions-Wendel gekauft? Ja. Hast du sie schon mal leuchten sehen? Ja, Mann! Komm wieder zurück da, Ludi. Ah, Down-Bass. Freaky, du kleiner Stinker! Nein, nicht von der 10! Nein, nicht von der 10! Och, Mann! Ich hab hier ein paar Down. Drei Down, drei Down! Hier sind drei Stück! Ja, hallo! Schön, dass ihr alle da seid. Hast du die alle gegessen? Nö, ich hab ein paar erschossen und ein paar gefresst. War mir einfacher, sonst hätte ich den Überblick verloren von den ganzen Leichen, die hier lagen, weißt du? Ja, klar. Nicht, dass mit einer weggekrochen wär. Das wollen wir nicht. Gegen zwei noch. Schöne Bude da. Schöne! Big Shots, Mann! Bist du noch Zweiter? Ich bin Zweiter, ich bin Zweiter! Wex, los, gewinnen! Let's go! Mann! Das war so unlucky! Wex, fährt in den Kopf! War gehäfte! Nein! Hast du eine Wand noch? Kannst du wegschieben hier? Hat Dalu eigentlich schon seine neue Brille oder spielt der noch immer fast blind? Der spielt komplett blind und nur mit einer Hand. Ja. Und weiß auch einfach sonst nicht aufwendig genug wäre, macht der auch immer, wenn ein Kind okay macht. Mach deinen Klimmzug. Die wenigsten Leute wissen auch, dass Dalu tatsächlich ohne Bildschirm spielt. Ja, dein Bildschirm ist Animes. Der hört übersauert. Ja, das habe ich bei Augen schon. Das ist super wichtig. Das wäre die Augen auch schlechter, ne? Und deswegen einmal den Bildschirm weg. Wirklich übertonen. Super angenehm. Ich sitze auch gerade vorne im Fenster. Ich gucke halt raus. Und wie ist das Wetter so bei dir? Richtig doof. Is ready? Ja. Komm. Alter, ich habe ihn überflogen. Ich bin ihm auf den Kopf gesprungen. Drei Mitte. Oh. Oh. Ich habe ihn gar nicht gemacht. Also, also der Cypher, der hat nicht mal gesehen von Woch. Der hat nichts gecallt im Voice. Ja, Lu. Was? Da ging die Tür auf. Ich gehe rein und sehe da auf einmal so eine halbe Leiche von Shorty. Und ich konnte sie, als ich drinnen war, aber nicht reporten. Ich musste warten, bis die Tür aufging. Moment, das ist Shorty. Könnte noch ganz sein. Und dann? Oh. Oh. Wow. Oh. Es wäre klug, wenn man hinten in der Ecke down geht. Ja, warum hast du es noch nicht gemacht? Killer bei mir, Killer bei mir. Killer low. Killer low, er hat schon viel Damage gemacht. Ich habe ihn fast. Wo ist er denn? Hast du einen Dropkick? Äh, ja. Ich log in Mainbuilding. Jetzt die Head-ons, die geplant waren. Ja, perfekt. Ich bin im Schrank. Jawohl, ich habe abgeschmiert. Sehr gut. Nice. Jetzt nicht mehr, bin ich mehr im Schrank. Ich bin rausgesprungen, er hat nicht bekommen. Killer nicht geslipt. Oh nein, nein, nein. Nein, das ist nicht fair. Behalt doch. Und weißt du was? Wenn du wieder fahren kannst, gibts doch noch eine Rode. Oh nein. Und wenn du wieder fahren kannst, gibts doch noch eine Rode. Soll ich einen killen? Ja. Ich habe doch gefragt, ob ich soll. Wir gehen weg, wir gehen weg. Okay, gut, dann komme ich auch zurück. Ist halt die Frage, auf was man da gegessen würde. Das stimmt, ja. Äh, Sidekick. Wieder einmal. Okay. Es tut mir sehr leid. Moment, was? Oh mein. Okay. Du musst weg vor dem Haken, der respawn. Du musst weg vor dem. Einfach nur krabbeln. Ja, 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 ich krabbel. Okay, ich krabbel, ich krabbel. Ich krabbel nicht mehr, weil da kommt jemand angerannt. Der will mir helfen. Ich muss zum Ausgang. Ich bin aggressiv. Ja, warte, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich muss auch zum Ausgang. Ich brauche nicht mehr Wasser drauf, Leute. Ich blute. Halt euch mal fettig, ich gehe weiter. Ja, das ist ja schön. Aber das klingt nicht gut. Ich weiß nicht. Elektronische Musik? Fuck. Ja, das ist DDR mehr. Das ist Jazz, oder? Ich höre im Hintergrund ganz klein so eine Trompete. Ey, ihr seid Schweizer. Ich habe eine Rechtigung. Ja, die habe ich schon eingesammelt. Du hast, finde ich genug. Dad, hast du zwei Blaubeeren. Ich glaube, Dadu hat irgendwie so ein Problem gerade. Äh, hallo! Aua! Oh! Bart? Äh, Bart? Er hat keine zwei Blaubeeren. Schade. Ich brauche Blaubeeren, Linda. Ja. Oh nein! Das tut mir so leid, das weiß ich nicht. Dann komm. Du hast ja nochmal reportet, aber... Lang so warm. Diese Betten nicht müssen. Du machen. Ich mach'n Move! Jetzt meine Schocks! Eins! Zwei! Glaub nur das, du Schwein! Drei! Boah! Vier! Warum macht es sich aus? Nach unten gucken! Nach unten gucken! Was wird dir so gelassen sein? Get Shane blinded, ey! Jetzt? Jetzt bin ich... Ihr kommt einfach zu spät! Nein! Nein! Blöde! Blöde! Ich war... Hier sind mal die ganze Zeit! Ja, ciao, Valui! Mach's gut! Oh, dass ich dann noch dritter werde, ey! Aus dem Weg! Oh! Ey, das ist eigentlich noch länger als du da hast. Was hast du angeflogen? Nein! Valui ist einfach letzter! Oh nein! Nein! Ey! Die Scheiß-Tin ist aber mal hingegangen. Das ist einfach... Oh! Ja! Was denn? Wird's A? Ja, ja, ja. Hallo? Grüß dich! Ja! Ja, okay. Keine Ahnung. Wir sehen uns dann auf Radiant, ja? Ja, ja. Ich wollt's komplett weghauen. Wow! Nur so viele Busse gegen mich hat das schwierig. Aber, aber fast tot! Ich hab Jen weghauen! Nice! Uh, dann beides! Mein und Boah! Ihr organisiert das hier! Könnt ihr nicht nächstes Mal Toro anstatt Jen fragen? Gute Idee! Ja, oder? Finde ich super! Mhm! Das ist natürlich clever! Hauptsache Jen nicht! Wir können jeden fragen! Einfach random jemanden aus den Zuschauern suchen! Wer hat das überhaupt ausgesucht? Oh! 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 Letzter auch da! Ja, hier kommt die Phase! Denkst du? Hopp! Warte! Schade! Einen! Oh! Was ist da passiert, ey? Ich konnte sagen! Ja, so ein kleiner One-Tap durch die Smoke! Also, ich hab ne Fackel! Ich hab ne Fenster! Julie links im Fenster! Wer? Wer und ich reden schon die ganze Zeit! Was redet ihr denn? Scheiße! Die kommen wieder runter! Boom! Pow! Ah, okay! Wir können jetzt nicht mehr hoch! Da hat einer einen Molo hingeworfen! Irgendwer? Ja! Die haben von oben runter geworfen, um hin zu covern! Super smart! Das war voll gut! Jetzt könnt ihr den aufheben! Da! Er steht vor allem im Fenster! Kruschen! Hä? Echt nicht? Warum? Wir sind jetzt schon wieder hier! Nein! Ganz schlecht! Wo ist dein Chat toxisch? Gott, damit triggere sie die! Die sind immer noch... Nein! Nein! Wie unfair! Da ist einer CT! Da ist einer CT! Boah! Noch einer! Noch einer Cent! Renate! Was soll die Scheiße? Boah! Gib dir das! Hält dir uns an! Anderer CT! Noch 30 Sekunden! Ein Gegner übrig! Oh! Oh! Ey! Aber guck mal! Yalu ist auch irgendwie unsichtbar für die Gegner! Ich weich den Kugeln halt aus! Du uns gebracht hast! Draußen war ein Wolf und ich hab dich da sicherheitshalber schon mal eingesperrt! Ja! Das war Bart! Das war Bart! Das war ich nicht! Nein! Das waren Safety Wölfe! Das waren Safety Wölfe! Ich bin schon wieder fast an der Hütte! Aber da stand Step to Death! With a knife! Sind das Wölfe mit Messern? Ach du Scheiße! Na das kann schon sein! Vielleicht haben die die Lernmesser zu genutzt! Das sind immer mit Messern! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's!